So, willkommen zurück zu One Piece Pirate Warrior 4. Wir spielen immer noch die East Blue Episoden. Das müsste jetzt glaube ich Episode 6 sein. Ein Herz einer Frau. Ein heidentückischer Plan nimmt seinen Lauf, bei dem die Herzen aller Männer zu Frauenherzen werden sollen. Nimmt die fliehenden Männer gefangen und verwandelt sie in New Karma. Ähm... Ich frage mich warum... ...gau ob nicht da ist. Ähm... Wen... ...wollen wir denn mal... ...auswählen? Ach... Kaido wäre wahrscheinlich zu krass. Es... Geschwindigkeitstyp. Neu Karma passt doch Krokodil eigentlich. Ach... ...Baki geht nicht schade. Hawkins... Tashigi... ...genau... ... ... ...spielen wir mal eine Runde mit Tashigi. Wachwachstumskarte... ... 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